Say cheese, das wird vermutlich der Fotograf dieser Aufnahmen gesagt haben, als er dieses Quartett vor sich hatte. Seite an Seite posieren Prinzessin Kate, Prinz William, Kronprinzessin Mette Marit und Kronprinz Harkon für die Linse. Auch die Pose scheinen sie vorher besprochen zu haben, und so halten alle eine Hand mit der anderen fest. Auf ihren Lippen ein breites Grinsen, das bei den Damen noch mit einem rosa Lippenstift versehen ist. Prinz William hat seine rote Krawatte, passend zu dem Dress von Mette Marit gewählt, während ihr Gatte auf die Farbe Blau setzt. Prinzessin Kate trägt einen Anzug von Burberry in Grün. Wer diesen Look nachstylen möchte, muss also etwas tiefer in die Tasche greifen. Beim Anblick des Bildes fällt auf, dass die Royals modisch gesehen an alte Zeiten anknöpfen. 2018 treffen die vier schon einmal aufeinander. Auch damals scheinen William und Mette Marit sich mit einem roten Schal abgestimmt zu haben. Und genau wie jetzt setzt die Norwegerin schon vor fünf Jahren auf Rot. So peppt sie ihren blauen Mandel mit der Knallfarbe auf. Kate erscheint übrigens in Türkis, ähnlich wie jetzt.